Was ist denn da? Walter, die letzte Nachricht muss. Die Agri-Alb-Messe haben sie auch gesagt. Ha! Nein, Walter! Nein, das können sie nicht sehen! Schleindi, wir müssen starten, sonst verpassen wir die Agri-Alb. Die Agri-Alb? Sie finden statt. Ja, logisch. Heute fahren wir euch zu der Agri-Alb. Die Bauernmesse für Jung und Öl. Heute fahren wir euch zu der Agri-Alb. Kim vorbei, das wär geil. Werkzeug, Träger, Landmaschinen. Die Landwirtschaft ist meine Liebe. Mulcherkreis, so viele Bühnen. Ich vermisse die Glücksgefühle. Rein vom Reut zu der Agri-Alb. Die Bauernmesse für Jung und Öl. Rein vom Reut zu der Agri-Alb. Kim vorbei, das wär geil.